Hey, mein Name ist Just Some Motion. Die meisten kennen mich bereits aus meinen bisherigen Videos. Viele haben nach Tutorials gefragt und ab jetzt werde ich euch in den nächsten 10 Wochen jeweils ein Tutorial liefern. Wenn ihr alle 10 Tutorials gemeistert habt, werdet ihr in der Lage sein, eine kleine Choreo in meinem Stil zu tanzen. Aber hey, wie und in welcher Reihenfolge ihr die Schritte nachher benutzt, liegt natürlich vollkommen bei euch. Ich habe versucht, das Ganze nach Schwierigkeitsgrad zu sortieren und so sieht das Ganze aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war doch alles gar nicht so schwer, oder? Aber keine Sorge, ab jetzt werden wir das jede Woche gemeinsam üben. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Bleibt dran. Bis nächste Woche. Tschüss.